Warum sollte ich eigentlich meine Körperhaare trimmen bzw. stutzen? In diesem Video geht es zum einen um die drei Hauptgründe, warum man sich die Körperhaare trimmen sollte und ich stelle euch zudem auch noch das All-in-One-Pflege-Kit von der Marke Manscaped vor und zwar das Performance Package 4.0. Heißt, das heutige Video wird gesponsert von der Marke Manscaped. Manscaped ist die Marke, wenn es um Hygiene und Intimpflegeprodukte für Männer geht. Und falls du aktuell noch auf der Suche bist nach den richtigen Tools und nach den richtigen Pflegeprodukten, dann solltest du auf jeden Fall bei Manscaped vorbeischauen. Mit meinem Gutscheincode DanielKorte bekommst du aktuell 20% Rabatt bei Manscaped plus kostlosen Versand. Und was ich echt cool finde an der Marke Manscaped, die haben es halt geschafft, diese Thematik rund um das Thema Intimpflege und Intimrasur einfach so ein bisschen aufzulockern und die haben wirklich ein richtig cooles Design und das Thema ist wirklich durchdacht. Dazu aber später mehr. Und by the way, schreibt auch gerne mal in die Kommentare rein, was euer persönlicher Hauptgrund ist, um eure Körperhaare zu trimmen bzw. im Zaum zu halten. Und falls ihr aktuell jemanden kennt, der das vielleicht irgendwie nicht macht, dann teilt liebend gerne dieses Video mit ihm. Hauptgrund Nummer 1 ist für mich ganz klar Hygiene und Gesundheit. Denn vermehrte Körperbehaarung bzw. wenn du vermehrt Körperbehaarung hast an eigenen Stellen, dann kann es natürlich dazu kommen, dass sich dort auch mehr Schweiß ansammelt und natürlich auch mehr Schmutz und andere Partikel ansammeln. Und das kann natürlich wiederum zu der Vermehrung von Bakterien führen und möglicherweise dann auch zu unerwünschten Gerüchen. Um das zu vermeiden, macht es halt Sinn, seine Körperbehaarung immer ordentlich zu trimmen. Und was hilft dabei? Da sind wir jetzt auch schon beim heutigen Star der Show aus dem Performance Package, und zwar den Lawn Mower 4.0. Der Lawn Mower 4.0 ist ein kabelloser Bodytrimmer mit speziellen Keramikklingen und der Skin-Safe-Technologie, welche das Risiko von Verletzungen und Schnitten an empfindlichen Stellen verringert. Die Skin-Safe-Klingen können übrigens auch ausgewechselt werden und du kannst das Gerät auch unter der Dusche verwenden, da das Gerät wasserdicht ist, was auf jeden Fall auch mega Sinn macht, gerade dann, wenn man seine Haare stutzt. Kommen wir noch zu einigen Features vom Lawn Mower 4.0. Zum einen ist es richtig cool, dass er wasserdicht ist, heißt, du kannst das Gerät mit unter die Dusche nehmen und das macht tatsächlich natürlich auch Sinn beim Trimmen deiner Intimbehaarung oder deiner Brustbehaarung oder was auch immer du noch stutzen möchtest. Und damit du immer den Durchblick hast, gibt es vorne noch so eine kleine LED-Leuchte und was ich persönlich noch richtig cool finde, ist die Einschaltsperre, bedeutet, du drückst dreimal auf den Ein- und Ausschalter hintereinander drauf und schon ist die Einschaltsperre drin, heißt, wenn du unterwegs bist, springt das Gerät nicht einfach so an. Und bei Vollladung hält das Gerät ein ganzes Fußballspiel lang durch, heißt, satte 90 Minuten und die sollten tatsächlich ausreichen, auch den größten Urwald da unten in Ordnung zu bringen. Zweiter Punkt, optische Vorzüge. Was nützt einem die größte deutsche Eiche, wenn sie keiner sieht, weil drumherum ein Urwald ist? Bedeutet, im Umkehrschluss mit gestutzter Hecke sieht der Baum einfach größer, stabiler und besser aus. Und egal, ob du deine Haare um deine Kronjuwelen trimmst, deine Brusthaare oder deine Achselhaare, am Ende des Tages sieht der Körper einfach schöner und definierter und jünger aus, wenn alles in Ordnung gehalten wird. Was aber oftmals nicht in Ordnung gehalten wird, was viele Männer vergessen, sind die Nasen- und Ohrenhaare. Bei manchen Männern sprießen die einfach nur wie Unkraut heraus. Und Leute, das muss man in den Griff bekommen. Und Leute, ganz ehrlich, das geht gar nicht. Und da kommt der Weed Wacker ins Spiel, der Nasen- und Ohrenhaartrimmer von Manscaped. Der Weed Wacker ist ebenfalls im Performance-Package enthalten und ist mit der gleichen Technologie ausgestattet wie der Lawnmower 4.0. Und damit musst du dir keine Sorgen machen, dass du dich irgendwie schneidest oder so, sondern auch das Nasenhaar- und Ohrenhaartrimmen geht damit easy und einfach von der Hand. Und auch andere Stellen, wie zum Beispiel die Achseln, das sieht einfach besser aus, wenn das getrimmt ist, gerade im Sommer, und wenn du zum Beispiel auch ein Deo- oder Andritranspirant verwendest, dann funktioniert das natürlich auch besser, wenn es da ein bisschen in Ordnung gehalten wird. Richtig. Dritter Hauptgrund für mich, ganz klar, Booster deines Selbstwertgefühls. Ihr kennt die Situation, ihr kommt gerade frisch vom Friseur und wie fühlt ihr euch? Richtig geil. Und genau dieses Gefühl hat man einfach auch, wenn man sich um sich selbst kümmert und seine Haare überall am Körper vernünftig trimpt. Studien zeigen übrigens immer wieder auf, dass Männer, die sich um ihr äußeres Erscheinungsbild halt wirklich kümmern und denen das wichtig ist, im Privat- und Berufsleben meistens erfolgreicher sind, als die Männer, die ihr Erscheinungsbild vernachlässigen. Und wenn du dich gut fühlst und gut aussiehst, hast du natürlich auch direkt mehr Selbstbewusstsein. Und dann wirst du natürlich auch von anderen Menschen ganz anders wahrgenommen. Und um dein positives Gefühl nochmal zu stärken, hat das Team von Manscaped sich auch hier was einfallen lassen, mit zwei wirklich außergewöhnlichen Produkten. Zum einen ist der Cropped Preserver in dem Performance Package enthalten. Das ist eine reibungsmindernde, klare, gelartige Deo-Intim-Lotion für Bereiche mit hoher Reibung, wie zum Beispiel zwischen deinen Leisten. Das Zeug zieht super schnell ein und riecht auch noch extrem gut. Und zum anderen haben wir noch den Cropped Reviver im Performance Package enthalten. Das ist ein Intim-Toner-Spray. Das ist die optimale Lösung für Geruchsabwehr. Also wenn es mal wieder ein bisschen fresher zwischen den beiden werden soll und du eine Erfrischung brauchst, einfach ein paar Spritzer rein und fertig. Und als wäre das nicht genug, gibt es noch ein paar weitere coole Dinge, die das Performance Package von Manscaped abrunden, die ich nicht unerwähnt lassen möchte. Zum einen die Magic Mat. Daran sieht man, dass das Team von Manscaped wirklich das Ganze durchdacht hat. Das ist nämlich einfach so eine Zeitung, die man unterlegen kann, wenn man mal seinen Vorgarten da unten nicht in der Dusche stutzt, sondern einfach nur so im Badezimmer. Die soll nämlich die Haarreste auffangen. Und on top gibt es noch zwei Geschenke mit dazu. Zum einen den Shed-Kulturbeutel, ideal geeignet für unterwegs oder wenn du auf Reisen bist. Und zum anderen noch eine reibungsmindernde Boxer-Shorts in deiner Wunschgröße. Und apropos Boxer-Shorts, Manscaped hat gerade die neue Kollektion von ihren Boxer-Shorts rausgebracht, die Boxers 2.0. Die Boxers sind super weich, super stretchy, heißt, die haben wirklich einen sehr angenehmen Tragenkomfort. Und da hat das Team von Manscaped auch wieder an alles gedacht. Von innen wurde nochmal eine extra Verstärkung eingenäht, eine atmosfaktive Verstärkung. Heißt, dein persönliches Package hat genügend Halt und gleichzeitig auch noch genügend Luft zum Atmen. Also Leute, das waren meine persönlichen Gründe, warum ich mir meine Körperbehaarung stutze. Und falls ihr jetzt Bock habt auf das Performance-Package von Manscaped, dann schaut gerne bei Manscaped vorbei und denkt an meinen Gutscheincode. Mit dem Gutscheincode DanielKorte bekommt ihr 20% Rabatt plus kostlose Versand. Also checkt das Performance-Package von Manscaped auf jeden Fall aus. Und schreibt auch euren Hauptgrund in die Kommentare rein, warum ihr persönlich eure Körperbehaarung stutzt. In diesem Sinne, viel Spaß beim Stutzen und Trimmen eurer Körperbehaarung.